Er weiß, dass er in den Umfragen hinten liegt und er weiß, dass er daher viele Punkte sammeln muss, wenn er in der Zeit nach der Wahl tatsächlich vier Buchstaben, nämlich Vize, vor dem Kanzler loswerden geht. Herzlich willkommen, Herr Vizekanzler Michael Spindlenker in der Pressestunde. Schönen Sonntag. Der Michael Spindlenker. Der Michael Spindlenker. Der Michael Spindlenker. Das ist mein Programm, mit dem trete ich an. Was ich will, ist Österreich und Fesseln. Dass wir eine gute Zukunft haben. Und was ich kann, ich glaube, dass ich dann im rechten Augenblick meinen Verstand einsetzen kann und dass ich als Wirtschaftskapitän in dieser Regierung auch schon bewiesen habe, wie man sanieren kann, aber wie man auch die Wirtschaft beflügt kann. Und wie wir das machen werden, lassen Sie sich überraschen. Ich will das Gymnasium nicht abschaffen und ich sage Ihnen, ich bin auch in der Schule. Wenn ich zum Elternsprechtag meiner Kinder gehe, dann sagen mir die Eltern alle, bitte bleiben Sie da hart. Prinzipiell, meine Präferenz ist jetzt einmal ordentlich wahlzukämpfen, nämlich auch den Bürgern zu zeigen, wofür wir stehen. Und ich stehe auf dem Standpunkt, keine neuen Steuern, sondern neue Arbeitsplätze. Darum, der Michael Spindlenker. Der Michael Spindlenker. Der Michael Spindlenker. Und was ich kann, das wissen Sie auch. Das ist mein Programm, ich denke, ich habe ihn. Uns ist der Sonntag heilig und ich brauche das nicht, dass wir jetzt jeden Sonntag auch noch in den Shopping-Bahn verfallen und glauben, dort werden wir jetzt die große Konjunktur herbeifüllen. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Die beiden Persönlichkeiten, Maria Fechter, unsere Einheit miteinander, sind in meinem Team, wir kämpfen gemeinsam. Wir wollen Wirtschaft entfesseln. Das heißt, wenn ich der Regel, mehr Möglichkeiten sich zu entfalten, mehr Exportchancen, mehr Internationalisierung, mehr auch Reindustrialisierung in Österreich, das bringt nämlich die Arbeitsplätze mit. Das ist mein Programm, mit dem trete ich auf. Das ist mein Programm, mit dem trete ich auf. Gerade weil ich ein Arbeitnehmervertreter bin und gerade deshalb, weil ich sage Wirtschaft, muss entfesselt werden, ist es ja umso glaubwürdiger. Das ist mein Programm, mit dem trete ich auf.